So, hier ein kleines Suchbild. Wo ist denn die Bienenkönigin? Habt ihr sie schon? Ich gebe euch einen kleinen Tipp. Die Königin, die hat immer längere Beine wie die anderen Bienen. Die ist auch einen Ticken größer, aber auf die Größe von der Königin würde ich mich nicht unbedingt verlassen. Und wie ich die Königin immer so schnell entdecke, ist, ich gucke mir die Wabe mit ganz leerem Blick an. Und dann beobachte ich lediglich meine Bienen und suche gar nicht aktiv nach der Königin, sondern suche nur nach Anomalien, wie die Bienen sich verhalten. Jetzt löse ich das ganze Bild mal auf. Die Königin ist nämlich hier. Und jetzt kann man das auch mal sehen. Naja, jetzt nicht mehr, jetzt geht es nämlich weg. Aber die Bienen umringen ihre Königin immer. Und deswegen kann man die mit einem guten Blick dann auch relativ schnell finden.